Ich träume wenig, aber ein Traum kehrt immer wieder. Ich fliege durch Gestrüpp, Äste und Blätter. Und ich weiß, wenn du jetzt aufhörst zu träumen, dann wird alles so bleiben wie immer. Hallo. Zycho. Ja, genau Zycho. Es ist von einer schweren Körperverletzung zu sprechen. Nach §10 des Jugendgerichtsgesetzes weise ich Aline Josgat an, 50 Sozialstunden zu erbringen. Was bedeutet Hördur? Hördur bedeutet der Krieger. Kann ich ihn mal reiten? Nein, weil du nicht zum Reiten hier bist. Bist du wirklich so unfähig? Ach, scheiße! Was sind das für Sachen? Für deinen ersten Ausdruck mit Hördur. Sie hat Talent. Ich würde sie gerne zu einem Turnier anmelden. Wir können uns das nicht leisten. Wir können auch einen Antrag stellen. Ein Sozialhilfeantrag. Für ein Pferd. Bist du total bescheuert? Ich kann das nicht! Wenn du nichts probierst, dann wirst du immer verlieren. Ich glaube an dich. Mein Pferd hat. Von mir erfährt er nichts. Von mir auch nicht. Wenn du jetzt aufhörst zu träumen, dann wird alles so bleiben wie immer. Ich glaube an dich. Das ist der Satz, der den Unterschied macht.